Na hallo zusammen, mich hier ist wieder heutzutage und ich bin ja für euch in Dragonflight unterwegs. Uns heute will ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um den Grid Vault. Und zwar möchten wir dieses Mal gleich zwei Kisten öffnen. Ich habe nämlich ein bisschen was auf dem Main gemacht, aber auch auf einem Twink. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns aber als erstes den Main an. Und ja, was habe ich da gemacht? Wieder das typische, ein bisschen M+. Ich bin ja hauptsächlich aktuell am Kollekten, Sachen am Ruffarmen, unter anderem bei den Twinks. Deswegen gucke ich, dass ich aktuell so das Mindestmaß an M+. mache mit meinem Twink. Und das sind halt vier Keys. Also vier Keys kann man easy in der Woche mit einstreuen. Das habe ich auch letzte Woche gemacht. Und achso, bevor wir den Vault aufmachen, ich kann euch mal den Gear-Stand zeigen, den ich aktuell habe. Für eine 2 im Schnitt. Und was halt noch ganz nice wäre, wären hier Schulter, eine Brust. Da habe ich halt echt nur Scheiß-Sachen an. Umhang wäre auch nicht so verkehrt. Und ja, mal gucken, ob was in die Richtung dabei ist. Den Ring habe ich immer noch mit dem Proc an. Den finde ich aber eigentlich echt ganz gut. Aber es ist halt vom Item-Level niedrig. Wenn ich jetzt einen krassen Versa-Ring hätte, wäre es natürlich auch nicht schlecht. Weil ich bin aktuell bei wie viel Prozent Versa? Ähm, bap, 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 bap. Wo haben wir es hier? Knapp 120 Prozent, also so 25 Prozent plus, wären eigentlich schon ganz gut. Aber jetzt schauen wir einfach rein, was so drin ist. Uh, da ist eine Brust drin. Sogar Zett. Und nochmal einen Kopf. Äh, diesmal mit Versa. Was ich jetzt das letzte Mal einnehmen müssen, wegen Item-Level. Ah, mh, das ist natürlich... Ah, ich hätte noch einen höheren Key spielen sollen. Ich hatte noch einen 18er, den hätte ich mal machen sollen. Und ich dachte ja auch, beim 17er kriege ich schon 418 raus. Irgendwie habe ich mich da anscheinend verguckt. Gut, da ist jetzt auch nur ein 415er-Item drin. Aber es ist halt Zett. Uh, aber es hat kein Versa. Mh, aber meine andere Brust hat auch kein Versa gehabt. Also, ist nicht so wild. Jetzt bin ich aber fast am Überlegen. Also, ich nehme die auf jeden Fall, ne? Es ist ein No-Brainer, dass ich jetzt die Brust nehme. Eben gesagt, ich brauche eine Brust. Jetzt habe ich sogar die Zett-Brust gekriegt. Easy. Und wir kriegen noch einen 16er-Key? Habe ich den 17er nicht getimed? Hätte ich nicht... Naja, weiß ich nicht. Eigentlich hätte ich... Hätte ich doch einen 17er dann kriegen müssen, oder? Wenn der getimed ist. Ich dachte schon. Wahrscheinlich nicht. Gut, das ist auf jeden Fall nochmal ein ordentlicher Push vom Item-Level. Jetzt sind wir auf 404. Und theoretisch könnte ich jetzt einen Zweier-Set-Bonus draus machen, indem ich hier den Kopf anlege. Aber ich habe halt einen 398er-Kopf, ne? Und, ja, ich weiß halt nicht. Der ist halt schon einiges an Item-Level niedriger. Der hat zwar in dem Fall Versa drauf, aber dann verliere ich halt richtig viele Stats, ne? Allein Ausdauer verliere ich halt einen Haufen. Ah, hm. Muss ich mal überlegen, weil der Set-Bonus ist ehrlich gesagt nicht so stark. Ich glaube, ich werde eher mal so spielen. Bald kommt ja dann auch dieser Katalysator wieder. Dann kann man Sachen umwandeln. Dann kann ich vielleicht den Kopf hier in den Set umwandeln. Und dann sollte da ein Shoot draus werden. Hoffe ich zumindest. Was ich jetzt auch noch holen kann die Woche, ist tatsächlich ein Crafted-Item. Ich könnte jetzt theoretisch hergehen und die Schultern auf 405 zumindest. Ich habe hier einige von den kleinen Teilen, ne? Auf 405. Von den großen habe ich noch nicht sonderlich viel, weil ich halt einfach extrem wenig im Plus gemacht habe, ne? Ich kann euch jetzt auch mal kurz doch zeigen. Viel Score habe ich jetzt auch nicht. Ich bin jetzt bei 221. Ich habe quasi dann noch einen Key auf 18 theoretisch gespielt, aber den habe ich dann selber nicht mehr gelaufen. Habe es mir überlegt, aber ich dachte mir, ne, ich bleibe bei den 4 Keys. Und gut ist, genau. Also scoretechnisch ist dann auch ein Haufen Luft nach oben. Gut, jetzt machen wir zwei Sachen, bevor wir auf den anderen Twink gehen. Und zwar, dass ich das nicht vergesse, kaufen wir einmal hier das Item zum Verzaubern. Oh, da ist schon wieder ein bisschen laggy. Okay, also was hatte ich da davor drauf? Was haben wir? Äh, erweckte Werte. Jetzt schauen wir mal. Ich weiß gar nicht mehr, ob das das Beste war oder ob das einfach nur günstig war. Erweckte Werte. Na gut, 300 Gold. Keine Ahnung, warum ich mir da nur Rang 2 gekauft habe. Aber das war wahrscheinlich ganz am Anfang der Expansion, wo teilweise manche Verzauberung 50, 60, 70, 80.000 gekostet hat. Da hat man sich dann schon überlegt, ob man den Max-Rang braucht auf ein Item, was eh wieder wegkommt. Und dann werden wir es auch noch T-Mocken. Aber das ist jetzt gut gelaufen, dass wir ein Set rausgezogen haben. Da sage ich jetzt nichts. Ähm, wo habe ich denn meinen Mammut? Da haben wir es. Zu viel Stuff habe ich hier, ich sage es euch. So, okay, dann ist der erst mal wieder verarztet, der Char. Ich muss hier noch eine VZ drauf machen, merke ich gerade. Aber das mache ich dann halt. Gut, ähm, und dann gucken wir einmal weiter. Und zwar habe ich auch noch hier meinen Horden-Char. Ihr seht, der ist auch mittlerweile Stufe 70. Mit dem will ich ein bisschen RBG spielen. Denn ich habe zwar, ähm, auf der Ali-Seite die ganzen Titel für RBG-Gedönse. Also dieses ganze Zeug hier. Aber das ist Char gebunden. Also auf dem Char, seht ihr, ich habe das auf meinen Ali-Char alles gemacht. Schon eine Weile her. Und da gibt es halt dann für jede Stufe hier einen Titel. Ne, und die Hordentitel habe ich halt nicht. Und ich muss halt dieses ganze RBG-Zeug noch mal auf dem Horden-Char machen. Dementsprechend bin ich den hier ein bisschen am PvP-Equip. Ihr seht, der hat hier dieses ganze PvP-Zeug an. Das skaliert halt auf 411 hoch. Beziehungsweise da haben wir schon einen Teil auf 421. Und ich habe auch schon ein bisschen Eroberungspunkte gefarmt. Die habe ich aber noch nicht ausgegeben. Denn ich will jetzt erstmal schauen, was wir im Vault drin haben. Ich habe letzte Woche ein bisschen RBG gespielt. Zwei Slots müsste ich mir freigeschalten haben. Und eigentlich, die Ausrüstung ist jetzt relativ wurscht. Ich hoffe, ich kriege eine Waffe raus. Also Waffe wäre wirklich das Nonplusultra, was rauskommen kann. Schauen wir mal. Drückt mir die Daumen. Natürlich ist keine Waffe dabei. Also es ist eine Hose dabei. Und ein Trinket. Trollverlust-Effekte runternehmen. Oder die Hose mit Versa kommen. Das ist ein No-Brainer. Wir nehmen die Hose. Die kostet auch mehr. Und dann kriegen wir noch einen prunkvollen Edelstahl. Was ist denn das? Oder mitmachen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ah, das ist für die Quest. Weil das das erste Mal war, dass ich den Vault geöffnet habe. Gut, also die Hose können wir schon mal anlegen. Die ist auf jeden Fall besser als die, die wir haben. Oh, da verliere ich meinen Z-Bonus. Oh. Und dann kann ich mir demnächst jetzt mal ein paar Sachen kaufen, um das so ein bisschen zu verbessern. Auch mit dem mache ich so ein, zwei Slots, werde ich jede Woche ausfüllen. Und wenn ich dann mein Collection-Zeug durch habe, dann mache ich vielleicht ein bisschen mehr RBG. Aber dass wir da so langsam den Vault auch mit ausnutzen. Gut, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Opening-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht was anderes gewählt hättet. Und ja, beziehungsweise was ihr gekriegt habt, würde mich natürlich auch interessieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Opening wieder. Euer Tela. Bis dahin. Ciao.